Hallo, unser heutiges Thema Schießen auf den flüchtigen Überläufer. Bevor ich euch den Anschlag erkläre in jagdlicher Erwartungshaltung, zeige ich euch ganz kurz den Haltepunkt auf der Wildscheibe DJV Flüchtiger Überläufer sowie den Haltepunkt des zu erwartenden Überläufers auf der Scheibe an der Schießblende. Beim flüchtigen Überläufer können wir uns eine Orientierungshilfe schaffen. Am Wurf des Schwarzwildes, also am flüchtigen Überläufer und auf Tellerhöhe deutlich zu erkennen, haben wir in Wurfhöhe die Treffpunktlage 3 und 5. Das werden Sie zwar nicht erkennen, aber diesen Orientierungspunkt Teller, Wurfhöhe, hier sollten Sie Ihr Absehen dauerhaft mitführen. Achten Sie bitte darauf, das Absehen nicht dauerhaft dorthin zu stellen und den Finger am Abzug bedienen, sondern das ist die Stelle, wo wir unser Absehen im Zielfernrohr mit der Scheibe mitführen. Kommen wir gleich nochmal zum Haltepunkt für unser Absehen, wenn wir den flüchtigen Überläufer erwarten. Auf vielen Schießständen können wir uns an den Schießblenden eine Orientierungshilfe schaffen. Vielmals ist die Schießblende aus Holz, somit können wir aufgrund eines andersfarbig gestalteten Holzes oder vielleicht einer Markierung, die dort angebracht ist, den Haltepunkt in der Höhe des flüchtigen Überläufers erkennen. Hier in unserem Fall der Wurf als Orientierungshilfe auf der linken Seite oder rechten Seite des Kugelfangs. Kardinalsfehler Nummer 1, erwarten Sie den flüchtigen Überläufer niemals an der Schießblende. Gehen Sie mit Ihrem Absehen ruhig einen halben Meter in den Raum. So kann der flüchtige Überläufer Sie niemals überraschen. Sie können den Haltepunkt, wie ich es Ihnen gerade erklärt habe, sauber aufnehmen. Auf dem Teller können den flüchtigen Überläufer gut verfolgen und können auf dem Haltepunkt verbleiben. Gleichzeitige Schussabgabe ohne Stehenbleiben ist natürlich zwingend Voraussetzung. Viel Erfolg beim Üben und beim Nachmachen. Kommen wir jetzt zum korrekten Anschlag. Der jagdliche Anschlag, also die sogenannte jagdliche Erwartungshaltung. Die Waffe befindet sich Laufhöhe in Augenhöhe. Wir achten darauf, dass wir immer einen sicheren Kugelfang haben, also der Lauf befindet sich in Richtung Kugelfang geneigt. Wir achten darauf, dass der Schaft am untersten Rippenbogen anliegt, sodass wir sauber und in Ruhe nach dem Erwarten der Scheibe oder beim Erscheinen der Scheibe die Waffe in Ruhe in die Schulter einsetzen können. Jawohl, das passt. Das Absehen ist sauber zu erkennen. Wir haben im Vorfeld noch die Waffe kontrolliert und eingestellt. Für den Jungjäger empfehle ich zum erstmaligen Üben oder zum weiteren Üben eine maximale Vergrößerung zwischen 6- und 8-fach. Achten Sie beim Einstellen Ihrer optischen Zieleinrichtung auch auf einen korrekten Parallaxe-Ausgleich. Hier sollten Sie die Waffe noch einmal kontrollieren, dass der Parallaxe-Ausgleich auf 50 Meter eingestellt ist. Kommen wir jetzt zum Schießen und zum Haltepunkt. Achten Sie bitte darauf, dass die Führungshand, also sprich bei Rechtshändern die linke Hand, niemals den Höhenpunkt des Wurfes, also den Haltepunkt auf der Scheibe verlässt. Das sorgt dafür für einen Schuss im hinteren Bereich der Scheibe, in aller Regel im Keulenbereich. Also nochmal zusammengefasst, achten Sie bitte darauf, dass die Führungshand immer in einer Höhe bleibt. Den Haltepunkt habe ich Ihnen erklärt. Und achten Sie bitte darauf, dass Sie bei der Schussabgabe nicht im Ziel stehen bleiben. Sie führen die Führungshand immer weiter, sodass das Absehen immer in dem Bereich stehen bleibt, wo Sie das Absehen von mir erklärt bekommen haben, also den Haltepunkt erklärt bekommen haben. Kommen wir jetzt zur Schussabgabe. Wir werden dem Prüfer vermelden, dass die Waffe sich in einem korrekten und sicheren Zustand befindet. Die Waffe haben wir im Vorfeld aus dem Waffenständer entnommen. Und der Prüfer wird uns die Information geben, zum Prüfungsschießen, fünf Schuss auf den flüchtigen Überläufer, feuerfrei, selbstständige Ausführung. Gehörschutz nicht vergessen, Patronen kontrollieren für die entsprechende Waffenauswahl, jawohl, passt. Patrone einzeln in das Patronenlager einführen, schussbereit machen und auf die Information des Prüfers warten, feuerfrei. Waffe einsetzen, Erwartungshaltung einnehmen, achten Sie bitte darauf, dass Sie beim Einsetzen nicht unmittelbar mit Ihrem Absehen an der Schießblende stehen, sondern achten Sie darauf, dass Sie einen halben Meter davon entfernt stehen mit Ihrem Absehen. Nach dem eindeutigen Kommando AB oder HO erscheint die Scheibe. HO! Zögern ist eine nicht gewünschte Eigenschaft. Auch hier gilt, wer zögert, verliert. Ein langanhaltendes Zielen sorgt garantiert für das Wackeln des Absehens im Ziel. Hier gilt, mutig am Abzug sein. Ein Reißen ist kontraproduktiv, also wie beim Büchsenschießen im Stehendangestrichen. Der Abzug wird leicht durchgezogen, der Schuss bricht für den Schützen unerwartet. Ich demonstriere noch einmal. Patrone nehmen, ins Patronenlager einführen, Waffe repetieren, jagdliche Erwartungshaltung. Erwartungshaltung. HO! Dem Prüfer Sicherheit vermelden. Der Prüfer wird bemerken. Schießen beendet, Sicherheit hergestellt. Viel Spaß beim Üben, viel Spaß beim Nachmachen. Wie ich euch erklärt habe, das war mein Haltepunkt. Unter dem Teller in Wurfhöhe. Die saubere Treffpunktlage, Achtung, mit der Patrone 22 Hornet, liegt im Zentrum. Schießen Sie mit einer schnelleren Patrone, ich nenne Beispiele, 3006, 308. Verlagern Sie bitte Ihren Haltepunkt, also sprich den Punkt, wo Sie den flüchtigen Überläufer erwarten, in diesem Bereich. Die schnellere Patrone sorgt dafür, dass sie auch schneller im Ziel ist. Das bedeutet, langsamere Patronen im vorderen Bereich anhalten, 222, die 222 Remington ungefähr hier anhalten. Und je schneller die Patrone, Sie können mit der 3006 oder der 308 in diesem Bereich Ihren Haltepunkt suchen und finden. Diese Treffpunktlage wird Ihnen beim Führen mit dem Führungsarm in der Parallelebene zu diesem Trefferergebnis verhelfen. Jeden, dem das nicht passiert, ist glattweg ein Lügner. Also viel Erfolg beim Üben, viel Erfolg in Ihrer Prüfung. Du bist also mit dieser Trefferergebnis verhelfen recording. Ja. Hallo. ue